Gerade so diese Unterstützung möchte ich auch nochmal sagen. Hallihallo Freunde, heute muss ich mal was loswerden an euch. Und zwar möchte ich mich bedanken, dass es einfach jeden Tag mehr werden. Ich bin jetzt schon bei knapp 400 Abonnenten und dann möchte ich euch einfach noch eine Geschichte erzählen, weil es geht einfach um euch und wirklich speziell an jemanden von euch. Ich habe ein Video, wo ich sage, was ich in Zukunft vorhabe. Das verlinke ich euch auch gerne nochmal. Da könnt ihr dann gleich nochmal reinschauen, worum es genau ging. Und derjenige hat mich angeschrieben, genau unter dem Video. Und ja, es ging um Dachgepäckträger. Und zwar sind wir dann ins Gespräch gekommen und ich habe ihm dann gesagt, er soll mir bitte mal bei Facebook privat schreiben. Und dann sagte er mir, ich könne seine Dachgepäckträger haben, seine alten. Die liegen im Keller rum, sind ein bisschen versifft, ein bisschen Flugrost. Und wenn ich ihm den Versand überweisen würde, dann würde er mir sie zuschicken. Leute, das hat jetzt 15 Euro gekostet, wirklich 15 Euro. Und ich habe drei Dachgepäckträger zugeschickt bekommen. Und ich bin einfach, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also es ist einfach geil, solche Leute hier auf dem Kanal zu haben und einfach auch heftig, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Und ich kann euch das gerne auch nochmal zeigen. Ja, ich habe zwei montiert. Da steht der Dritte jetzt noch. Und ich möchte einfach mal Danke sagen an alle, an dich jetzt gerade in diesem Moment mal speziell auch natürlich, der mir das möglich gemacht hat einfach. Und ja, ich bin einfach ein bisschen sprachlos sogar, aber ich möchte euch einfach mal den Dank aussprechen. Und ich hoffe einfach, dass es so weitergeht. Ich hoffe, dass wir jeden Tag mehr werden, dass wir uns unterstützen können. Und gerade so diese Unterstützung möchte ich auch nochmal sagen. Wenn ihr ein Video seht oder so oder ein altes Video, geht auch gerne nochmal drauf und guckt euch die Kommentare an. Ich hatte es jetzt wirklich schon häufig bei den TÜV, bei dem Zweitbatterie-Video und, und, und. Da hatte ich schon überall, stehen da jetzt noch mehr Tipps drunter von anderen Leuten einfach. Und, ähm, das ist auch so wichtig. Ihr müsst einfach nochmal reinschauen, nochmal gucken. Da stehen nochmal ein paar Tipps drunter. Jeder hat seine Tipps. Und das ist, das ist quasi wie in einem Forum hier, nur einfach, dass man mal ein Bild dafür kriegt, so, was so abgeht. Und ja, das möchte ich euch einfach nochmal dazu sagen, dass ihr auch ruhig nochmal gucken könnt, hat da vielleicht jemand nochmal was drunter gepostet oder nicht. Und, jetzt möchte ich mich eigentlich auch verabschieden, weil ich, also, mehr kann ich einfach dazu nicht sagen. Ich bin überwältigt, dass es alles so gut geklappt hat. Und das ist auch wirklich ernst gemeint. Ich bedanke mich bei euch und auch bei den Nachfolgern, die noch hoffentlich kommen werden. Und dann, ähm, ja, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und ich hoffe einfach, dass euch das Video hier auch gefallen hat. Und das wollte ich euch einfach mal widmen und auch mal zeigen, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Und, dass ich mich tierisch darüber freue, dass wir jetzt schon einfach so viele Leute sind. Ja, genau, jetzt nicht weitergequatscht. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug hat euch auch mal gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und, ja, bis dann. Und, ja, bis dann.